Dann fangen wir an. Dann fangen wir an. Er ist vollkommen in jeglicher Hinsicht. Und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Prophet und sein Gesandter ist. Gottes Segen und Heil und Barmherzigkeit. Dann auf den Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, bis an den Tag, an dem kein Vater für die Sünde seines Sohnes aufkommen wird, noch ein Sohn für die Sünde seines Vaters. Liebe Geschwister, ich werde heute, inshallah, auf Deutsch reden. Erstens, weil das so angekündigt worden war. Und zweitens, weil wir auch immerhin in Deutschland sind. Aber wenn jemand etwas nicht verstanden hat, dann bitte merkt euch die Sache und dann kann man das, inshallah, im Nachhinein klären. Weil ich werde, inshallah, vielleicht so maximal eine halbe Stunde euch was Schönes erzählen und danach wollen wir das ein bisschen interaktiver gestalten. Das heißt, wenn ihr euch irgendwelche Fragen habt, dann merkt euch sie, so dass wir sie am Ende des Vortrags, inshallah, klären können. Über was ich sprechen möchte, ist eine Sache, die im Islam sehr eindeutig ist, sehr wichtig ist, eine Basis darstellt. Und jeder von uns weiß das. Aber trotzdem, wie Allah im Koran gesagt hat, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعَ الْمُؤْمِنِينَ Und erinnert denn die Erinnerung, und erinnere denn die Erinnerung, hilft den gläubigen Menschen. Denn es kann sein, dass du eine Sache gehört hast, einmal, zweimal, dreimal, viermal, und du hast es dir aber nie bewusst gemacht. Du hast es als Information aufgeschnappt, aber du hast es niemals in dein Herz eindringen lassen und verinnerlicht. Und deswegen bitte ich Allah, dass er diese Sitzung zu einer segensreichen Sitzung macht, so dass wir, wenn wir aus dieser Sitzung hinausgehen, mit mehr Wissen hinausgehen, als wir hineingegangen sind. Und auf das Allah subhanahu wa ta'ala uns auch den Erfolg verleiht, dass wir das umsetzen, was wir hören. Denn er ist derjenige, der dazu imstande ist, und er ist derjenige, den wir darum zu bitten haben. Assalamu alaikum, liebe Geschwister. Entschuldigung für die Umfündlichkeit, aber also, Bismillah, wassaratu, assalamu ala rasulillah. Wir heißen den Bruder Nail erst mal hier willkommen in unserer Moschee. Und für die Brüder, die ihn noch nicht kennen, ich möchte Ihnen kurz vorstellen, der Bruder kommt aus Heilbronn, und er ist der Imam in der Moschee von Heilbronn, in Heilbronn, und er ist ein aktiver Bruder, der Wodao macht in Deutschland. Und er hat auch viele Bücher übersetzt, von Arabischen ins Deutsche. Und er ist auch bekannt für Koran, Rezizirumin. Und einer seiner überragenden Bücher, kennt ihr vielleicht, war das Rechtsgutachten, Fatah des ehrenwerten Gelehrten, Mohammed und Salih und Salimien. Wir haben auch ein Buch hier davon, was ich jedem empfehlen kann. Und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er ihn insha'Allah für sein Kommen und reichlich belohnt. Und dass er uns auch insha'Allah für unser Kommen und für unsere Anstrengungen insha'Allah auch belohnt. Und ich bitte euch insha'Allah aufmerksam zuzuhören, weil wir haben hier in dieser Stadt Kiel nicht immer so eine Gelegenheit, dass wir einen Bruder haben, der, masha'Allah, mit sehr viel Wissen und auch vor allen Dingen auch Deutsch predigt, haben wir nicht immer. Deswegen bitte ich euch insha'Allah aufmerksam zuzuhören. Und ich hoffe insha'Allah, dass auch mehr Brüder kommen als bis jetzt, weil wir dachten insha'Allah, es werden mehr kommen. Aber ich gebe insha'Allah das Wort, das mit dem Bruder. Bitte. Ich sage Allah, aber nur ein paar Sachen korrigieren. Also erst einmal, ich habe nicht viele Bücher übersetzt, vielleicht zwei oder so. Okay. Die zweite Sache ist, das mit dem viel Wissen, das ist auch ein bisschen übertrieben. Ja, um den Satz zu unserem Wissensstandard hier in Kiel, mag ich... Darüber kann ich nichts sagen. Ich kenne auch, ich kenne dich nicht, dein Wissensstandard. Und das dritte ist, ich finde, wir sind genug, Alhamdulillah. Und dann bedarf es nicht denken, dass nur die Leute, die du siehst, wirklich anwesend sind. Denn der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, hat uns mitgeteilt, dass am Freitag, sobald der Prediger den Mimbar, die Redekanzel, betritt, dann die Engel, die an der Tür stehen und aufschreiben, wer nach und nach die Moschee betritt, die schließen dann ihre Bücher und setzen sich ebenfalls hin und hören zu. Und warum hören sie zu? Weil es jemanden gibt, der über Allah, subhanahu wa ta'ala, spricht. Weil der Prediger über Allah spricht, Zikr macht. Und deswegen, die Leute, die anwesend sind, die kennen nur Allah, subhanahu wa ta'ala. Und wir sehen nur die Menschen, aber Allah weiß, wer noch mit uns anwesend ist. Und die Anwesenheit von Engeln, liebe Geschwister, bezeugt dafür, dass Allah, subhanahu wa ta'ala, zufrieden ist und dass er seine Barmherzigkeit hinab sendet. Denn der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, hat er gesagt, auf Arabisch, mit jtama'a qawmin fi beitim biyotillah, yatsuma kitabullah wa yatada rasulna wa baynaum illa, nesalat alihimu ssakina wa gashiyatuhum al-Rahma wa haffatuhum al-Malaika wa zhakara wa allahu fi man inda. Das heißt, der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, sagt im Hadith, der authentisch überliefert aus der Bukhari, beim Muslim, dass jedes Mal, wenn eine Gruppe von Leuten sich in einer der Häuser Allahs trifft, Allahs Buch liest und lehrt, dann steigt auf sie die Ruhe hinab, die Barmherzigkeit umhüllt sie und die Barmherzigkeit umhüllt sie und die Engel umgeben sie und Allah, subhanahu wa ta'ala, gedenkt ihrer in einer Sitzung, die bei ihm ist, subhanahu wa ta'ala. Insofern, liebe Geschwister, bitten wir Allah, dass er diese Sitzung zu einer segensreichen Sitzung macht. Ich möchte anfangen heute. Unser Ausgangspunkt ist ein Hadith des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Denn die besten Sitzungen sind die Sitzungen, in denen Allahs gedacht wird. Und was gibt es Besseres, als dass man sich aufhält bei einer Ayah aus dem Koran oder einem Hadith des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam und schauen wir, was wir daraus lernen können und ableiten können für unseren Alltag. Umh Abdillah, Aisha, radiallahu ta'ala, anha, die Mutter von, man nennt das Umh Abdillah, das heißt die Mutter von Abdullah. Und Aisha, radiallahu anha, die Ehefrau des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, und Jüngste von ihnen allen, wir wissen, sie hat keinen Sohn gehabt und keine Tochter gehabt. Und trotzdem wird sie genannt Umh Abdillah, die Mutter von Abdullah. Und das ist im Arabischen, macht man das und es erlaubt, dass man das tut, auch wenn eine Person kein Kind hat. Man macht das in der Hoffnung, dass eine Person ein Kind bekommt oder auch vielleicht andere Gründe, die es dafür gibt. Sie hat berichtet, dass der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, folgendes gesagt hat. Er sagte, Das heißt, auf Deutsch ungefähr übersetzt, wer in unsere Angelegenheit irgendetwas Neues hineinführt, so wird diese Sache zurückgewiesen. Und in einer anderen Überlieferung heißt es, und dieser Hadith, den ich gerade erzählt habe, ist bei Bukhari und bei Muslimen überliefert. Eine zweite Version dieses Hadithes befindet sich bei Sahih Muslim. Sie lautet, Das heißt, wer etwas tut, was nicht zu unserer Angelegenheit gehört, dessen Tat oder dessen neue Einführung wird abgewiesen, verworfen. Dieser Hadith, liebe Geschwister, bildet eine der wichtigsten Hadithe, die wir im Islam haben. Und dieser Hadith zusammenbildet mit dem Hadith von Umar ibn Khattab, in dem er sagte, dass jeder Mensch das erhält, was er beabsichtigt hat. Ihr kennt den ersten Hadith von Sahih al-Bukhari, wo der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, dass jeder Mensch erhält das, was er beabsichtigt hat. Dieser Hadith und der heutige Hadith, den wir uns heute betrachten werden, bilden sozusagen das Grundgerüst dafür, dass Allah subhanahu wa ta'ala eine Tat von dir annimmt. Allah subhanahu wa ta'ala, damit er von dir eine Tat akzeptiert und annimmt, das heißt, dein Gebet akzeptiert, dich dafür belohnt, im Jenseits, am Tag der Auferstehung, am Tag der Abrechnung, muss man zwei Bedingungen erfüllt haben. Und diese beiden Bedingungen sind genau in diesen beiden Hadithen wunderbar deutlich erklärt. In dem ersten Hadith, den wir uns heute nicht genauer anschauen wollen, ist es die Absicht, Allah wird niemals eine Tat akzeptieren, es sei denn, man hat sie für ihn ausschließlich gemacht. Sobald du etwas machst für jemand anderes außer Allah und er nicht dein erstes Ziel ist, ein oberstes Ziel ist, wird Allah diese Tat von dir nicht akzeptieren. Und die zweite Bedingung dafür, dass Allah subhanahu wa ta'ala eine Tat akzeptiert, ist eben, was man auf Arabisch mit Al-Mutaba'a bezeichnet. Und das bedeutet Nachahmung, dass man dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam nachahmt in dem, was er getan hat. Und dieser Hadith, liebe Geschwister, ist ein, das eine ist sozusagen das Äußerliche. Wenn du betest, dann musst du das Gebet so verrichten, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam es vorgemacht hat. Und das andere ist das Innerliche. Das ist, was man nicht sehen kann. Das ist das Geheimnis zwischen dir und Allah. Wenn du im Gebet stehst neben deinem Bruder, dann weiß niemand, welche Absicht du hast, außer du selbst und Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah weiß deine Absicht sogar noch besser als du. Und niemand kennt deine Absicht, genauso wie du nicht die Absicht deines Nachbarn kennst. Und insofern, es ist ein Geheimnis Allahs. Und er alleine weiß, welche Gebete er annimmt und welche Gebete er wiederum nicht annimmt. Dieser Hadith, liebe Geschwister, ist sozusagen wie eine, kann man sagen, wie eine Armee. Dieser Hadith ist für den Islam wie eine Armee für ihr Land. Warum? Weil durch diesen Hadith wird der Islam verteidigt. Durch diesen Hadith wird der Islam beschützt. Durch diesen Hadith lässt man nichts am Islam verändern. Durch diesen Hadith darf niemand in den Islam reingehen, irgendetwas Krummes drehen. Durch diesen Hadith, liebe Geschwister, das Hadith ist ein Maßstab für dich, um zu wissen, ob das, was du tust, von Allah subhanahu wa ta'ala akzeptiert werden wird oder nicht. Dieser Hadith ist ein Maßstab für dich zu schauen, wie nahe du an der Sunnah des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bist. Weil er sagte, mit meinen Worten ausgedrückt, wenn du etwas tust, um Allah subhanahu wa ta'ala das Wohlgefallen zu erlangen und du tust es auf eine andere Art und Weise, wie ich es gemacht habe, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt das im übertragenen Sinne, dann vergiss es, verschwende deine Zeit nicht, Allah wird deine Taten niemals annehmen. Und jetzt könnte man sich fragen, reicht es denn nicht aus, dass man eine gute Absicht hat? Reicht es denn nicht aus, dass man sagt, ich habe das für Gott getan? Wird Gott das nicht akzeptieren, alleine schon, wenn man eine gute Absicht gehabt hat? Die Antwort, liebe Geschwister, ist nein. Die Antwort ist nein. Und das beste Beispiel dafür sehen wir in den Völkern, die vor uns gelebt haben. Die islamische Gesellschaft, ich meine damit die Gemeinde von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wenn wir von der Gemeinde von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sprechen, dann meine ich damit diejenigen Menschen, die seit irgendwann, seit 1400 Jahren gelebt haben, bis zum Tag der Auferstehung. Das ist die Gemeinde von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Manche davon haben den Islam angenommen und manche haben den Islam abgelehnt. Diese Gemeinschaft, vorher gab es ja andere Gemeinschaft. Zum Beispiel die Gemeinschaft der Kinder Israels zur Zeit von Moses oder die Kinder Israels zur Zeit von Jesus. Möge Allah mit ihnen beiden zu reden sein und ihnen Heil und Segen schenken. Diese beiden Propheten Musa und Isa, Moses und Jesus, Gottes Segen und Heil auf ihnen beiden. Das, was sie den Menschen gelehrt haben, ist das das Gleiche, was die Leute heutzutage in den Synagogen und in den Kirchen predigen und tun? Hat Jesus Christus, Gottes Segen und Heil auf ihnen, hat er wirklich in den Kirchen Musikinstrumente gespielt oder spielen lassen oder die Orgel spielen lassen oder ein Orchester gehabt, ein Musikorchester gehabt und Leute, die singen und weiß nicht was und ein Altar und so weiter und so fort. Ist das die Religion, die Jesus Christus den Menschen überbracht hat? Selbst wenn wir heutzutage noch nach über 2000 Jahren uns anschauen wollen, was über Jesus gesagt wird, finden wir einen großen Unterschied zwischen dem, was Jesus gemacht hat und gesagt hat und dem, was die Christen heutzutage tun und sagen. Was bedeutet das? Das ist genau der Zusammenhang zwischen dieser Thematik und unserem Hadith heute. Das, was die Christen heutzutage aus ihrer Religion gemacht haben, ist das Resultat von schrittweisen Veränderungen. Immer wieder etwas Kleines geändert. Immer eine kleine Sache. Einmal, und diese kleinen Sachen, die sie verändert haben an ihrer Religion, war nicht nur äußerlich, das Äußerliche kann man sehen. Jesus a.s. hat niemals den Menschen ein Kreuz gebracht und trotzdem findet sich das Kreuz auf den Kirchen. Jesus a.s. hat niemals den Menschen gelehrt, dass er Sohn Gottes ist und trotzdem glauben sehr viele Menschen heutzutage, dass er ein Sohn Gottes ist. Und warum kommt das? Das kommt davon, dass die Leute immer mit ganz kleinen Schritten ihre Religion verändert haben. Und im Laufe von 2000 Jahren ist eben das rausgekommen, was rausgekommen ist. Deswegen ist es so gefährlich und so wichtig, dass man über diese Thematik spricht und dass man auch nicht sagt, das ist doch kein Problem. Was ist das Problem, wenn man etwas verändert, wenn man etwas Neues macht? Warum ist das so schlimm? Es ist eben so schlimm, liebe Geschwister, wegen folgender Sache. Erstens einmal, dieser Hadith weist darauf hin, dass der Prophet sallallahu alaihi 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 tut und das nicht genauso tut, wie ich das getan habe, an Gottesdiensten, gemeint in Gottesdiensten, Ibadat, dann werden seine Taten weggeschmissen, verworfen, nicht akzeptiert. Und der Prophet sallallahu alaihi 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 Festtag. Das ist der 10. 12. 10. vom Monat dhulhijjah nach islamischer Zeitrechnung, islamischer Kalender. An diesem Tag ist unser Feiertag, einer der beiden Feiertage des Jahres, Eid al-Adha oder Eid al-Nahr wird es auch genannt. An diesem Tag ist es Sunnah, dass man was macht? Judith antworten. Schlachten. Dass man ein Tier schlachtet, oder? Okay, die meisten trauen sich noch nicht, zwischen, ich muss noch ein bisschen interaktiver werden. Dass man ein Tier opfert, an diesem Tag. Die meisten Leute schlachten was? Ein Schaf. Oder? Ziege. Ja. Auch. Oder Kamel ist selten, denke ich. Aber Kuh kommt noch dann öfter vorher. An diesem Tag, okay, wenn man dieses Tier schlachtet, wann muss man das, oder besser gesagt, wenn ihr morgens aufsteht am Eid-Tag, was macht ihr zuerst? Betet ihr zuerst? Oder schlachtet ihr zuerst? Erst zuerst beten. Okay. Als der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, einmal gebetet hat, sein Eid-Gebet. Und nach dem Gebet, was macht man? Oder was macht der Prediger? Gleich nach dem Gebet. Khutbah. Er hält eine Rede. Er verrichtet erst ein Gebet von zwei Raka'ah und danach hält er eine Rede. Und dann kam ein Mann zu ihm und hat gesagt, oh Gesandter Allah, ich habe schon ein Tier geschlachtet. Ich habe schon ein Tier geschlachtet. Dann hat der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, zu ihm gesagt, dein Tier, was du geschlachtet hast, ist nicht akzeptiert. Er hat es auf Arabisch ausgedrückt, shatul lahm. Gemeint ist, dein Schaf, was du geschlachtet hast, das Fleisch davon, ist wie jedes andere gewöhnliche Fleisch, nichts Besonderes. Es gilt nicht als Opfer. Allah hat das nicht angenommen. Und der Mann, liebe Geschwister, der hat nicht gewusst. Der kam zum Gebet und hat nur mitgeteilt, was er gemacht hat und es hat sich als falsch herausgestellt. Und er hat das nicht gewusst. Und trotzdem hat der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, zu ihm nicht gesagt, okay, das ist kein Problem, im nächsten Mal, inshallah machst du es besser. Sondern er hat zu ihm gesagt, dein Schaf, was du geschlachtet hast, ist wie jedes andere auch und wird nicht akzeptiert, das wird er damit sagen. Und dann musste er ein weiteres Tier opfern und hat er auch danach gemacht. Er hat dem Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, gesagt, ich habe aber noch ein anderes Sohn, so darf ich das, das hat er ihm dann erlaubt, um das abzukürzen. Die Geschichte geht ja ein bisschen länger, aber er hat gesagt, darfst du. Und dann hat er das gemacht. Was bedeutet das für uns? Das bedeutet für uns, liebe Geschwister, dass man seine Religion lernen muss und dass man seine Religion kennen muss. Es reicht nicht zu sagen, ich habe es nicht gewusst. Wenn man sagt, ich habe es nicht gewusst, okay, die Sünde entfällt. Der Prophet hat nicht zu ihm gesagt, sallallahu alaihi wa sallam, du hast etwas Verbotenes gemacht. Hat er nicht gesagt. Aber er hat zu ihm gesagt, deine Tat ist nicht akzeptiert worden und du musst es nochmal machen. Also das heißt, er hat dafür gebüßt. Das ist genauso, wie wenn du irgendwo mit dem Auto fährst und du machst aus Versehen einen Unfall. Und durch diesen Unfall verletzt du sogar jemanden. Du hast keine Sünde begangen, weil du hast sie aus Versehen gemacht. Und Allah subhanahu wa ta'ala verzeiht den Fehler. Aber trotzdem musst du dafür büßen. Das heißt, trotzdem die Schulden lasten auf dich und du musst trotzdem für den Unfall, den du gemacht hast, den du verursacht hast, aufkommen. Ein zweiter Aspekt, den wir dringend ansprechen müssen bei diesem Thema, und zwar geht es ja noch einmal, das kurz zusammenzufassen, es geht darum, dass unsere Religion müssen wir so nehmen, wie sie ist. Und wir dürfen nicht sagen, wir dürfen nichts Neues hinzufügen. Etwas Neues in die Religion hinzuzufügen, nennt man auf Arabisch Ibtida'a. Ibtida'a bedeutet, etwas Neues zu machen, so wie es vorher nicht gegeben hat. Etwas Neues hinzufügen, was es vorher nicht gegeben hat. Es nennt man Ibtida'a. Und deswegen Allah subhanahu wa ta'ala wird genannt im Koran Badi'u's Samawati wal Ard. Das heißt, er ist der Schöpfer oder der Erfinder, auf jeden Fall derjenige, der das erschaffen hat, Himmel und Erde, was es vorher nicht gegeben hat. Weil keiner kann das erschaffen, außer Allah. Deswegen ist er Al-Badi'u. Okay? Oder Badi'u's Samawati wal Ard. Und es genau zu nehmen, wie es im Koran steht. Und auch der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, sollte Folgendes sagen. Allah sagt im Koran, قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعَم مِنَ الرُّسُلُ Sprich, ich bin kein neuer Gesandter. Ich bin kein neuer Gesandter. Das heißt, ich bin nicht etwas Neues. Der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, war nicht etwas, ein Prophet, ein Gesandter, den es so ähnlich wie er niemals vorher gegeben hat. Sondern sowas wie er, hat es schon viel gegeben. Es gibt Überlieferungen, wo es heißt, es über 100.000 Propheten schon gegeben hat, vom Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Er war nichts Neues. Und im Koran kennen wir namentlich sind 24 außer dem Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, erwähnt worden. Deswegen sagt er, ich bin kein Bida'a. Also ich bin keine neue Sache. Ich bin keine neue Sache in der Religion, die es vorher nicht gegeben hat. Aber, jetzt müssen wir aufpassen. Heißt es, dass jede neue Sache, jede neue Sache ist verboten und verpönt und nicht erlaubt? Das kommt jetzt darauf an. Wir unterscheiden, zwischen Dingen, die Teil der Religion sind und die man tut, um Allah, sallallahu alaihi wa sallam, näher zu kommen und zwischen Dingen, die Mittel zum Zweck sind. Was heißt diese Philosophie? Das heißt nicht anderes, guck mal, ich konnte damals, zur Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, wie ist der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, in die Moschee gegangen? Er hat seine Tür aufgemacht, ist reingelaufen, weil ihr wisst, sein Zimmer, wo er gewohnt hat, das war ja direkt an der Moschee geklebt. Und die Leute, die von weitem weggekommen sind, wissen sie gekommen, denn sie zu Fuß gekommen sind oder geritten sind sie. Heutzutage, ich bin sicher, ein Großteil von uns ist entweder mit dem Fahrrad gekommen oder er ist gekommen mit dem Auto und man kann sogar fliegen heutzutage. Jeder von uns, der nach Makkah geht, normalerweise gehe ich davon aus, dass die meisten von uns, die nach Makkah gegangen sind bis jetzt, die sind dorthin geflogen. Das ist auch eine neue Art und Weise, wie man in die Moschee geht. Aber ist diese Sache auch verboten und verpönt? Der antwortet, nein. Weil das Gehen in die Moschee ist Mittel zum Zweck. Eine Wasila auf Arabisch nennt man das. Das heißt, es geht nicht um das Gehen an sich. Das Ziel ist die Moschee, das Gebet in der Moschee. Ein anderes Beispiel. Unser Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, hat er früher, als er gesprochen hat, ein Mikrofon verwendet, wie wir heute ein Mikrofon verwenden. Hat er Bilal, radiallahu anhu, oder Ibn Umm Maktoum, die beiden, die den Adhan gemacht haben für den Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, haben sie ein Mikrofon gehabt, mit dem sie den Adhan durch die Lautsprecher nach außen getragen haben? Nein. Und deswegen, diese Sachen zu verwenden, ist keine Bid'a, ist keine verbotene Neuerung. Warum? Weil sie sind Mittel zum Zweck. Die eigentliche Ibadah ist der Adhan. Die eigentliche Ibadah ist der Gebetsruf an sich. Und diesbezüglich, ein weiteres Beispiel, ist der Koran. Der Koran, liebe Geschwister, zur Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, war verteilt auf Papierfetzen, auf Knochen geschrieben, auf Palmenblättern geschrieben, auf weißen Steinen geschrieben, verteilt unter den Sahaba. Der eine kannte den Teil vom Koran, der nächste kannte den Teil vom Koran, der nächste hat den Teil aufgeschrieben vom Koran, der nächste hat den anderen Teil aufgeschrieben vom Koran, und manche haben das gleiche aufgeschrieben vom Koran, und so weiter und so fort. Zur Zeit von Abu Bakr, radiyallahu ta'ala anhu, dem ersten Khalifa, dem ersten Kalifen, was haben sie gemacht? Sie haben all diese verschiedenen Fragmente des Koran, gesammelt und an eine Stelle gesetzt. Und da haben die Sahaba auch, bevor sie das gemacht haben, obwohl das eine Sache ist, würde man sich heutzutage, wird doch wahrscheinlich keiner darüber diskutieren, dass es eine gute Sache ist. Dass der Koran, der zerstreut ist unter Tausenden von Leuten, oder Hunderten, Allahu a'alam, oder zig Leuten, dass man ihn sammelt an einem Ort und Stelle, dass man weiß, das ist der gesamte Koran. Da wird doch keiner sagen, das ist etwas, etwas, worüber man lange nachdenken muss. Aber trotzdem, liebe Geschwister, die Sahaba haben damit mit Abu Bakr diskutiert. Sie haben zu ihm gesagt, wie kannst du etwas tun, was der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, nicht gemacht hat? Und dann haben sie lange diskutiert und irgendwann hat Abu Bakr, radiyallahu alaihi wa sallam, sie überzeugt, dass es doch eine gute Sache ist und nichts Verbotenes ist. Und der Grund ist, liebe Geschwister, wieder, das ist, wie gesagt, was wir daraus lernen ist, weil der Koran ist die eigentliche Ibadah. Gemeint ist das Koran, lesen, danach handeln, und so weiter und so fort. Ob er jetzt zerstreut ist oder ob man ihn an einer Stelle findet, das ist nur Mittel zum Zweck. Und sogar ist es einfacher für uns, dass wir heutzutage den Koran in einem Buch, Alhamdulillah, lesen können, anstatt zu reden, verschiedenen Fragmenten vorfinden würden. Jetzt mag jemand sich fragen, ist es denn wirklich so schlimm, wenn man etwas anders macht, als der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, es gemacht hat? Wer diese Frage stellt, soll sich folgende Sachen mal bewusst machen. Was ist eigentlich der Sinn davon, dass unser Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, zu den Menschen geschickt worden ist? Ist es nicht derjenige, dass er den Leuten die Religion Allahs beibringen soll? Ist es nicht derjenige Grund, dass der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, den Menschen beibringen sollte, wie sie Gott anzubeten haben? Woher soll ich denn wissen, was Gott will von mir? Woher soll ich denn wissen, was halal ist und was haram ist? Woher soll ich denn wissen, dass Gott von mir möchte, dass ich ihn fünfmal pro Tag anbete? Woher soll ich denn wissen, dass das Zuhr gebetet soll, 4 Raka'at, Asr, 4, Isha, 4, Maghrib, 3, Fajr, 2. Woher soll ich das wissen, wenn der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, es mir nicht mitgeteilt hat? Und wenn der Grund seiner Entsendung derjenige ist, dass er uns mitteilt, wie man die Ibadah zu verrichten hat, dann macht es doch keinen Sinn, dass ich komme und sage, naja, wir können ruhig einen neuen Gottesdienst einführen. Ich werde euch Beispiele dafür bringen, was die Leute heutzutage an Neuerungen eingeführt haben, aber bevor ich euch diese Beispiele nenne, möchte ich euch erst einmal dahin führen, dass ihr versteht, wie gefährlich es ist, etwas Neues zu machen in der Religion. Und dass man nicht einfach sagt, ist doch nicht so schlimm. Ist doch nicht so schlimm, kann man doch ruhig machen. Und erst, wenn ihr dann inshallah 100% überzeugt seid, dann bringe ich euch die Beispiele, weil die Beispiele vielleicht kann sein, einer von euch macht das, was ich nicht hoffe. Aber wenn ich das Beispiel am Anfang bringe, dann kann sein, jemand sagt, nein, auf keinen Fall, das ist Quatsch, was der erzählt da vorne. Der will uns nur etwas Neues beibringen. Aber wenn ich euch erst einmal erklärt habe, was ich sagen möchte, dann werdet ihr inshallah, und das ist auch eine wichtige Sache bei der Dawah, liebe Geschwister, dass man jemandem manchmal nicht direkt sagen kann, pass auf, das, was du machst, ist falsch. Manchmal muss man ihn erst einmal dahin führen und ihm erklären. Und da gibt es eine schöne Erzählung, die ich nur jetzt anschneiden möchte, falls jemand sie kennt, dann freut er sich darüber. Und zwar die Geschichte darüber, und Allah weiß, muss man nachschauen, ob die authentisch ist, und zwar von Al-Hasan und Al-Hussein radiallahu anhuma, dass der eine dem anderen, dass sie beide einen Mann beobachtet haben, wie er den Wudu vollzieht, wie er die Gebetsfassung vollzieht, und da hat er es aber nicht so richtig gemacht. Und anstatt, dass sie es ihm direkt gesagt haben, wie das geht, haben sie es ihm erst vorgemacht, indem sie zu ihm gesagt haben, pass mal auf, Onkel, kannst du uns mal beobachten, wir beide wollen den Wudu vormachen und sag uns, wer von uns beiden macht es besser? Dann hat der Mann die beide beobachtet, der erste hat gemacht, der zweite hat gemacht, der Mann hat dann gesagt, er hat dann gesagt, wisst ihr was, ich habe schon verstanden, was ihr eigentlich wollt, ihr beide habt es richtig gemacht, ich bin der, der es falsch gemacht hat. und das war eine der schönsten Möglichkeiten, wie man, wie es sich jemandem beibringt, etwas richtig zu tun, weil wenn man es ihm direkt sagt, ich meine, wie alt waren denn die beiden? Die waren, die waren ganz, ganz jung, ja, als der Prophet, sallallahu a'ala, gestorben war, waren sie noch sehr, sehr klein, viel kleiner als zehn Jahre alt. Und wenn sie das einem alten Onkel sagen, pass mal auf, du machst das falsch, ich weiß nicht, wie sehr jemand mit hohem Alter so etwas akzeptieren wird. Um die Gefährlichkeit noch mehr zu verdeutlichen und euch ein realistisches Beispiel zu zeigen, wie die Freunde des Propheten, sallallahu a'ala, sallallahu a'ala, das aufgefasst haben, möchte ich euch zwei Aussagen präsentieren, nachdem ich kurz was getrunken habe muss. Die erste Erzählung, liebe Geschwister, ist ein Hadith, Moukuf. Das heißt, dieser Hadith ist eine Aussage eines Freundes des Propheten, sallallahu a'ala, sallallahu a'ala, und er wird erzählt, aber von einem Tabi, so, also einer nach der Generation des Propheten, sallallahu a'ala, sallallahu a'ala, sallallahu a'ala, sallallahu a'ala, heilt euch mal folgendes an, was er uns zu berichten hat. Der Mann, der das erzählt, heißt Amr ibn Salama. Er gehört zu den vertrauenswürdigen Überlieferern, über Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud ist ein Freund des Propheten, sallallahu a'ala, sallallahu a'ala. Amr ibn Salama, der Erzähler, er sagt folgendes, wir saßen bei der Tür von Abdullah ibn Mas'ud. Wir saßen bei der Tür von Abdullah ibn Mas'ud, der Freund des Propheten, sallallahu a'ala, sallallahu a'ala, sallallahu a'ala, bevor das Morgengebet angefangen hat. Wenn Abdullah ibn Mas'ud rauskam, haben wir es immer so gemacht, dass wir dann mit ihm zusammen in die Moschee gegangen sind und unser Morgengebet verrichtet haben. An dem Tag saßen wir dann auch vor der Tür von Ibn Mas'ud und da kam ein anderer Freund des Propheten, sallallahu a'ala, sallallahu a'ala, sallallahu a'ala, Er sagte zu uns, ist Ibn Mas'ud schon rausgekommen aus seinem Haus? Wir haben gesagt, nein. Und dann hat er uns hingesetzt zu uns. Jetzt sitzen die drei da, oder zwei oder drei sind das jetzt, ja. Der eine ist Abu Musa al-Ash'adhi, der neu dazugekommen ist und der Erzähler Amr ibn Salamah. Wir saßen dann da, erzählt er und haben gewartet, bis Ibn Mas'ud aus dem Haus rauskommt. Als er dann rausgekommen ist, standen wir alle auf, um zu ihm zu kommen und dann sagte Abu Musa zu ihm, ich habe gerade eben etwas in der Moschee gesehen, das ich verabscheue. Aber Alhamdulillah, ich habe nichts Schlimmes gesehen, ich habe nur Gutes gesehen. Dann sagte Ibn Mas'ud zu ihm, was hast du denn gesehen? Er sagte, wenn Allah dir ein Leben gibt, noch schenkt, das lang genug ist, dann wirst du das schon noch sehen. Ich habe gesehen, wie Leute in der Moschee sitzen in Kreisen und auf das Gebet warten. Und in jeder Gruppe war ein Mann, der Steine in seiner Hand hatte. und er sagte zu ihnen, sagt hundertmal, La ilaha illallah und dann haben sie hundertmal gezählt mit dem Stein, den sie gehabt haben. Sie zählt eins, zwei, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, bis eben die Steine zu Ende waren und wussten sie, dass sie es hundertmal gesagt haben. Dann sagte er, sagt hundertmal Allahu Akbar und sagten Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar und haben das hundertmal gesagt. Dann sagt er, sagt hundertmal Subhanallah, haben sie gesagt, gepriesen sei Allah, gepriesen sei Allah, gepriesen sei Allah. Dann hat Ibn Mas'udin gefragt, ja und als du das gesehen hast, was hast du den Leuten gesagt? Hast du den Leuten was gesagt? Er sagte, nein, ich habe den Leuten nichts gesagt, weil ich wollte erst mal deine Meinung einnehmen. Ich wollte erst mal wissen, was du dazu meinst. Dann sagte Ibn Mas'ud zu ihnen, hättest du ihnen doch gesagt, dass sie ihre schlechten Taten zählen sollen und hättest du ihnen doch garantiert, dass Allah ihre guten Taten niemals vergehen lassen wird. Sie haben nämlich ihren Tasbih gezählt. Sie haben gezählt einmal, zweimal, dreimal. Sie wollten auf jeden Fall hundertmal zusammenkriegen. Aber Ibn Mas'ud sagt zu ihnen, statt dass er diese guten Taten zählt, lass das lieber weg, und denkt mal über eure schlechten Taten nach, auf das ihr Allah darüber um Vergebung bitten könnt. Dann sind wir zusammen zu einer von diesen Gruppen gegangen, zu einer dieser Kreise, die dort saßen. Und da hat sich Ibn Mas'ud dorthin gestellt und zu ihm gesagt, was macht ihr da eigentlich? Und sie sagten, nichts Besonderes, wir haben Steine, damit zählen wir, wie oft wir Allahu Akbar sagen, wie oft wir Alhamdulillah sagen, wie oft wir Subhanallah sagen, wie oft wir La ilaha illallah sagen. Dann sagte Ibn Mas'ud zu ihnen, zählt lieber eure Sünden, denn ich garantiere euch, dass eure guten Taten nicht verloren gehen werden. Und dann sagte der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, Oh, wie schade um euch, oh Gemeinschaft von Muhammad, wie schnell ihr doch dem Verderben verfällt. Da sind noch die Freunde des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, sie sind noch am Leben. Und seine Kleider sind immer noch da. Das heißt, sie sind noch nicht kaputt gegangen, sie sind immer noch, wie sie sind. Und auch seine Trinkbecher sind noch nicht kaputt gegangen. Er will damit sagen, es sind erst ein paar Jahre her, wo der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, vielleicht verstorben ist. Und dann sagte der Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, Ich schwöre bei demjenigen, in dessen Hand meine Seele ist, entweder ihr befindet euch auf einem Weg, der rechtgeleiteter, das heißt besser ist, als der von Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, oder ihr öffnet durch eure Taten ein Tor zum Irrtum. Denn was sie gemacht haben, liebe Geschwister, ist nicht das, was der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, gemacht hat. Unser Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, saß nicht so, wie diese Leute in einem Kreis und hat mit Steinchen seinen Tasbih gezählt. Dann sagten sie zu ihm, Wir schwören bei Allah. Wir wollten nur Gutes. Unsere Absicht war gut. Daraufhin sagte er zu ihnen, Was meint ihr, wie viele Leute eine gute Absicht haben, aber das Gute nicht bekommen? Wahrlich, der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wa sallam, hat uns erzählt, von Leuten, die kommen werden, die den Koran lesen und der Koran überquert nicht einmal die Stelle ihres Schlüsselbeines. Und dann sagte er, und ich denke, die meisten von ihnen sind von euch. Und dann ist er von ihnen weggegangen. Und dann sagte der Erzähler dieses Berichtes, Amr ibn Salama, die meisten von denjenigen Leuten, die wir in diesen Kreisen gesehen haben, in diesen Gruppen gesehen haben, sie haben uns am Tag von An-Nahrawan, das ist eine Schlacht, die stattgefunden hat, sie haben uns an diesem Tag bekämpft. Und diese Erzählung, liebe Geschwister, gibt es viele Punkte, die sehr, sehr nützlich sind. Wie man umgeht mit den Gelehrten, wie man eine Frage stellt, wie man umgeht, wenn man den Leuten eine Nasieha gibt, wie man umgeht mit dem Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, seine Sunnah, und so weiter und so fort. Aber entscheidend möchte ich ein, zwei Punkte ansprechen. Der erste Punkt ist, der zentrale Punkt ist, die Sahaba, radiallahu anhum, sowohl Ibn Mas'ud als auch Abu Musa al-Ash'ari in dieser Erzählung, sie haben es den Leuten übel genommen, dass sie, subhanallah, gesagt haben, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wenn ich jetzt meinen Satz ende, dann ist es falsch. Sie haben ihnen nicht das übel genommen, sondern sie haben ihnen übel genommen, wie sie das getan haben. Wie sie das getan haben, das ist der entscheidende Punkt. Und deswegen sagte Allah, subhanahu wa ta'ala, in Surat al-Rashiyah, hal-ataka, hadithu al-Rashiyah, ist zu dir die Nachricht über die Überdeckenden gekommen. Wujuhun yawma'idhin khashi'ah, Gesichter werden an jenem Tag demütig sein. Amilatun nasibah, das heißt, sie haben viel geleistet und erschöpft sind sie von ihren Taten, die sie gemacht haben. Sie haben viel getan, tasla naran hamiyah, und sie werden in ein loderndes, brennendes Feuer eingehen. Warum? Weil das, was sie getan haben, ist nicht so, wie der Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, es ihnen vorgemacht hat. Der zweite Punkt in dieser Geschichte ist, sie haben gesagt, unsere Absicht ist gut, wir wollen nur Gutes. Und das ist die Antwort jeder Person, die etwas macht, anders als der Prophet, sallallahu alayhi wa sallam. auch unter den Juden und den Christen gibt es Leute, die Ikhlas haben. Das heißt, Leute, die etwas machen, nur für Allah, subhanahu wa ta'ala, und vielleicht sogar ihr Leben opfern dafür. Aber sie machen es eben nicht so, wie der Prophet, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, es vorgemacht hat. Weder das Gebet, noch ihr Fasten. Das Fasten von den Juden und Christen war genauso, wie das Fasten von uns. Der Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, sagte, fasst nun mal bei'na siyamina wa siyami ahlil kitab, akaratu sahar. Der Unterschied zwischen dem Fasten, wie wir es tun, und dem Fasten der Völker, der Schriften vor uns, ist, dass wir im letzten Teil der Nacht eine Mahlzeit zu uns sind, und guckt, was sie heute machen. Heutzutage, sie Fasten, indem sie auf bestimmte Sachen 40 Tage lang einfach verzichten. Dann, liebe Geschwister, das ist das Gefährliche an der Sache, ist, dass wenn man nicht dem Weg des Propheten, sallallahu alayhi wa sallam, erfolgt, dann kann es passieren, dass man vom Weg abdriftet, und dass man sogar im schlimmsten Fall, wie hier, einen Hass hat, und Feindseligkeit hat, zwischen sich und den Leuten, die das Sunna des Propheten, sallallahu alayhi wa sallam, folgen, und das kann sogar so weit gehen, dass man sich sogar bekämpft, wie es hier im Fall eindeutig gewesen ist. Und, zu guter Letzt möchte ich ein paar Punkte erwähnen, liebe Geschwister, von Dingen, die die Leute heutzutage machen, aus unserem Alltag, die nicht Teil des Islam sind. Was die Leute machen, ist aber nicht Teil des Islam. Und, eine davon ist zum Beispiel, wenn jemand begraben worden ist, dann liest man bei ihm am Grab für ihn den Koran. Surat Yasin oder irgendetwas anderes. Das ist durch eine Sache, die hat unser Prophet sallallahu alayhi wa sallam nicht gemacht. Eine weitere Sache ist, manche Leute, sie bekleiden sich für das Gebet mit der Absicht, dass diese Sache für das Gebet wertvoller macht, dass diese Sache das Gebet wertvoller macht. Indem sie zum Beispiel sagen, ich ziehe extra für das Gebet eine Gebetsmütze an oder etwas anderes, weil ich denke, dass das Sunna ist oder ich denke, dass das Teil des Gebetes ist. Und es ist aber nicht Teil des Gebetes. Ich rede besonders von dieser Absicht, weil diese Kleidung und so, es kann ja sein, dass jemand das macht, weil es bei ihm einfach so üblich ist oder dass er etwas anzieht, weil er seine Aura bedecken möchte oder etwas. Davon rede ich nicht. Ich rede davon, dass jemand sagt, es ist eine Sunna, dass man das und das trägt im Gebet. Das ist dann das Gefährliche. Oder dass zum Beispiel, wenn man heiratet, dass die Leute am Ende sagen, komm, wir lesen die Fatiha für die Verheirateten. Oder zum Beispiel, dass man am Friedhof die Gräber verziert. Ich weiß nicht, gibt es hier auch einen Friedhof wie in der Nähe für Muslime? In Straßburg. Straßburg. Sagst du schon mal drauf? Ja, ich sag mal. Und wie sieht der Friedhof aus? Die Gräber dort sind die einfach nur Sand und vielleicht ein Stein zur Markierung, wo der Kopf ist oder ist noch mehr drauf als das? Nein, es ist noch mehr drauf. Mehr als drauf ist das. Obwohl das wahrscheinlich extra in den Muslim zur Hügel gestellt ist, der Bereich für sie benutzt. Ja, es tut für die Muslim. Das heißt, der deutsche Staat kam nicht und hat gesagt, ihr müsst einen Grabstein da machen, ihr müsst unbedingt drauf machen, Mama bauen, ihr müsst unbedingt Pflanzen drauf machen. Das ist für die Muslimen. Für die Muslimen. Oder dass manche Leute zum Beispiel, vor dem Salat al-Jum'ah beten sie ein Sunna-Gebet extra, weil sie denken, vor dem Jum'ah gibt es ein Sunna-Gebet. Vor dem Jum'ah gibt es kein Sunna-Gebet. Oder dass manche Leute nach dem Gemeinschafts-Gebet gemeinsam Dua machen nach dem Fortgebet. Oder dass manche Leute, dass manche Imame zum Beispiel, wenn sie die Kanzel besteigen, dann machen sie einen bestimmten Dua beim Besteigen oder beim Runtergehen einen bestimmten Dua, den sie sprechen. Oder dass man Hochzeitstag feiert oder Muttertag feiert oder Valentinstag feiert oder Vatertag feiert. oder Silvester feiert oder alle diese Kandils, die es bei unseren türkischen Geschwistern auch gibt. All diese Sachen. Oder zum Beispiel, dass man, in manchen Moscheen gibt es das, dass man vor dem Salat al-Jum'ah vor dem Jum'ah-Gebet ist da jemand in der Moschee und liest laut den Koran, dass alle sozusagen gestört werden in ihrer eigenen Ibadah. Oder auch nicht, das sind äußerliche Taten, auch die Aqidah. Auch in der Aqidah gibt es Dinge, dass heutzutage manche Leute, wenn du sie fragst, wo ist Allah, dann wissen sie nicht einmal, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam darauf geantwortet hätte. Denn als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gefragt hat, wo ist Allah, dann hat eine Frau zu ihm gesagt, Allah ist oben. Dann hat er gesagt, du bist gläubig. Also du bist eine gläubige Frau. Weil das die richtige Antwort war. Und diese Hadiths sind saheim Muslim, nicht irgendwo. Die Hadiths sind eine der authentischsten Werke, die wir haben. Das sind viele Sachen und es gibt eine ganze Liste von neuen Sachen, die die Menschen in die Religion eingeführt haben, die allerdings nicht Teil der islamischen Religion sind. Und wenn man das weiter verfolgt, dann bekommt man am Ende das, was wir bei vielen Leuten sehen, einen Islam, der eigentlich kein Islam ist, sondern auf Traditionen aufgebaut ist und sehr wenig mit der Sunda unseres Propheten sallallahu alayhi wa sallam zu tun hat. Und viele Sachen sind nur noch äußerlich. Sogar manche Leute machen vom Islam fast nichts mehr und sagen, es reicht, wenn man Muslim ist. Es reicht, wenn man Iman hat. Und sie beziehen sich sogar auf den Hadith des Propheten sallallahu alayhi wa sallam, wo er gesagt hat, attakwa ha huna und hat dreimal auf seine Brust gezeigt und gesagt, Gottesfurcht befindet sich hier. Gottesfurcht befindet sich hier. Und sie wollen damit sagen, Gottesfurcht zeigt sich nicht durch Beten, Fasten, Hajj und so weiter, sondern sie wollen damit sagen, Gottesfurcht zeigt sich im Herzen. Und wenn jemand so etwas sagt, dann sagen wir zu ihm, wenn Gottesfurcht wirklich hier wäre, dann würden deine Hände und deine Augen und deine Füße, die würden das alles widerspiegeln und ganz besonders deine Zunge. Und um auch einen letzten Satz zu sagen, liebe Geschwister, im Bezug auf solche Sachen, ich gebe euch ein Beispiel für jemanden, der etwas tut, was an sich eigentlich nichts Verwerfliches ist, aber trotzdem darf man es trotzdem nicht tun. Stellt euch mal vor, ihr betet euer Fahrtgebet. Und bevor ihr euer Gebet endet, bevor ihr Assalamu alaikum und Rahmatullah und Assalamu alaikum und Rahmatullah sagt, in dieser Phase hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt, und jetzt darf man sich aussuchen, also der Prophet hat gesagt, jetzt darfst du Bittgebete sprechen, welche du möchtest. Wenn du mit mit dem Tahiyyatulillah und Salatul Ibrahimiya fertig bist, danach darfst du bis zum Taslim Bittgebete sprechen, welche du möchtest. Stellt euch mal vor, jemand sagt, in dieser Situation möchte ich Bittgebete sprechen und dabei mich niederwerfen, um zu Jud gehen. Und dann fragst du ihn, sag mal, warum machst du das? Wir alle sitzen und du gehst in zu Jud, das geht doch nicht. Dann sagt er zu dir, doch, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, und das stimmt doch, hat auch wirklich gesagt, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa wa sajid. Man ist, der Diener ist seinem Herrn am Nächsten, wenn er im zu Jud ist. Aber was haltet ihr davon, dass jemand da im zu Jud geht? Alle anderen machen das nicht. Er hat einen Beweis aus dem Sünder des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Aber hat er das richtig verstanden? Die Antwort, die du ihm geben sollst, ist ganz einfach. Je nachdem natürlich, wie gebildet er ist. Aber die einfachste Antwort, du sagst zu ihm, pass mal auf, mein Freund. Derjenige, der das gesagt hat, das heißt, dass man im Sujud Allah am Nächsten ist, der hat das, was du getan hast, nicht getan. Fertig. Das heißt, wenn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam etwas nicht getan hat, dann kann es auch nicht Teil des Islam, Teil einer Ibadah gewesen sein, denn er hat uns auf alles Gute hingewiesen. Und das ist die Sache, liebe Geschwister. Ich habe noch viel mehr, was ist eigentlich darüber zu sagen, nicht viel mehr, aber einiges noch gab. Aber ich denke, wir machen diesen Punkt, damit wir auch, was ist ein bisschen, die Geschwister mit einbeziehen, inshallah. Barakallahu alaihi wa sallam, liebe Geschwister, für eure Aufmerksamkeit. Möge Allah, ich belohne, für eure Geduld, die ihr gezeigt habt. Verzeiht mir, wenn ich ein bisschen näher gesprochen habe, als eigentlich geplant war. Aber möge Allah uns verzeihen, so oft treffen wir uns nicht hier in Schade, dass wir das nicht ausnutzen dürften. Barakallahu alaihi wa sallam, jazakallah khairan. Barakallahu alaihi wa sallam, aufmerksamkeit. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.